Du bist so interessiert an allem. Willst dem Kind schon seine Schuhe da weg essen. Achtung, guck. Na dann geh hin. Guck mal, wie du interessiert bist. Prima. Aber kannst nicht dem Kind seine Schuhe essen. Schuck's um. Schuck's um. Achtung, hier kommt noch einer. Achtung, guck. Ja, komm her. Komm her. Und Achtung. Da such's. Geh hin. Toll. Oh Mann, ist das toll. Wie du Interesse hast an sowas. Komm, ich geb dir noch einen. Komm. Achtung. Einer kommt. Und. Ich freu mich, Schatz. Wenn wir auch mal spazieren gehen könnten, dann haben wir viel erreicht, gell? Das schaff ich noch nicht. Da hab ich so Angst vor deinem 400 Kilo. Aber wir werden immer besser, ne? So, ist er brav. Und duschen. Mähnen-Spray akzeptieren, das haben wir auch noch nicht drauf, he? Das muss noch trainiert werden. Guck mal, wie hübsch du bist. So ein toller Kerl, he? Bald gibt's wieder lange Haare. Aber bei der Hitze stört das. Wolltest du grad Mailas Schuhe essen, he? Oder irgendwie damit spielen. War das süß. Standen die da oben und du hast sie dir einfach hier reingeholt. Du bist schon ein toller Kerl. Oh, komm. Ja?